Für mich ist die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Arbeitgeber, der es mir möglich macht, Hobby, persönliche Interessen und Job miteinander zu verbinden. Ich habe das Referendariat absolviert bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, was insgesamt ein sehr gutes Ausbildungsprogramm ist, aber sehr gefreut hat mich, als ich es bestanden habe, wie ich dann in meinem Fachbereich empfangen wurde. Ich habe im Fachbereich Versuchswesen Pflanze einen sehr positiven Eindruck von Teamarbeit. Wir müssen oft im Team zusammenarbeiten, wir helfen uns auch gegenseitig aus. Das funktioniert reibungslos und ich bin auch sehr stolz, in diesem Bereich arbeiten zu dürfen, weil ich das Gefühl habe, dass das sehr gut funktioniert. Der Applaus nach meiner ersten erfolgreich verlaufenden Pflanzenbautagung in Uelzen. Ich habe das ja damals von meinem Vorgänger übernommen und da war es ja auch recht ungewiss, wie kommt das an bei den Leuten, die neue Person, vielleicht auch die anderen Themen und so weiter. Aber es lief sehr gut und es hat Spaß gemacht, sich vor den Leuten zu präsentieren und eben auch dort den Applaus am Ende zu erhalten und zu genießen. Für mich ist die flexible Arbeitszeit ein ganz großes Plus und ein echter Luxus. Ich fange immer sehr früh an und so gegen halb sieben. Die Landwirte können sich darauf einstellen, die wissen das auch von mir und beende meine Arbeit dann auch etwas früher als manche der Kollegen und kann so Familie, Freizeit und Beruf gut miteinander verbinden. Vielen Dank. Vielen Dank.